Im heutigen Tutorial soll es um die sogenannten Peer-to-Peer-Kredite gehen, über unterschiedliche Plattformen, auf die ich bereits investiert habe und ich möchte dir eine kleine Warnung geben hinsichtlich Peer-to-Peer-Krediten und natürlich dir auch ein bisschen zeigen, auf welchen Plattformen du möglicherweise nicht investieren solltest. Kommen wir aber zuallererst nochmal zur grundlegenden Frage. Was genau sind denn eigentlich Peer-to-Peer-Kredite? Peer-to-Peer-Kredite werden vor allen Dingen vergeben an Orten, wo das Bankennetz nicht besonders gut ist, zum Beispiel in Osteuropa, Länder noch gerne wie Estland, Lettland, natürlich auch an den Stan-Staaten, zum Beispiel Kasachstan, Usbekistan und vor allen Dingen werden natürlich auch Peer-to-Peer-Kredite an die Leute vergeben, die bei der Bank einfach keinen Kredit mehr bekommen, die möglicherweise überschuldet sind oder zum Beispiel, die einfach keinen guten Status haben bzw. keine Sicherheiten haben. Als Peer-to-Peer-Kreditgeber muss man natürlich immer davon ausgehen, dass man das eigene Geld verliert. Das sollte schon mal von vornherein klar sein. Du kannst eines Gesamt- oder eines Totalverlustes, das kannst du erleiden, du kannst möglicherweise einen Großteil deines Geldes verlieren oder natürlich kannst du aber auch sehr viel Geld verdienen. Nämlich Peer-to-Peer-Kredite haben oft eine sehr hohe Rendite, zum Beispiel jetzt in meinem Falle, ich generiere ca. 12-13% Rendite pro Jahr. Natürlich ist das noch unversteuert, aber dennoch sind 12-13% absolut unfassbar und ich muss sogar ehrlich sagen, dass ich ein großer Fan von Peer-to-Peer-Krediten geworden bin, weil einfach die Rendite so hoch ist und bisher ich noch so gut wie gar keine Ausfälle hatte. Ich habe jetzt auf Mintos relativ viel von meinem Geld rausgenommen. Ich hatte früher mal über 1500 Euro hier in Mintos drin, bin jetzt gerade noch auf 300 Euro. Das hat keinen speziellen Grund, um ehrlich zu sein. Es geht einfach nur darum, dass ich mein Geld woanders nochmal investiert habe, in Projekte, die mir sogar noch höhere Rendite geben und die übrigens nicht online sind. Aber wie gesagt, ich habe praktisch Geld aus Mintos rausgenommen. Ich glaube im letzten Tutorial, das ich gemacht hatte, waren es auch nur 300 Euro. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Geld davon rausgenommen, wie gesagt, irgendwie 7 Euro oder irgendwas, dass ich jetzt ungefähr bei 293 Euro liege. Wir sehen hier, dass ich einen Net Annual Return of 12, also 12,64% habe, was natürlich extrem gut ist, also aufgerundet 13%, das kriegst du so gut wie nirgendwo, außer jetzt natürlich, du investierst zum Beispiel in Immobilien oder in andere, meist eher physische Dinge, wie zum Beispiel, sagen wir, wenn du investierst und in Land kaufst das dann vielleicht, also im Land im Sinne von Grundstück und verkaufst das dann nach ein paar Jahren und hast dann eine durchschnittliche Rendite von 20% oder was auch immer pro Jahr, aber wie auch immer. Ich habe insgesamt derzeit 16 Investments, 19,60 Euro und 19,14 Euro sind davon praktisch derzeit so ein bisschen in der Waage, nämlich diese 19,60 Euro sind bisher 16 bis 30 Tage spät, die 31 bis 60 Tage spät sind 19,14 Euro. Insgesamt bin ich derzeit mit 292 Euro hier bei Mintos drin und das wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder aufstocken, dann wenn, wie gesagt, ja, es ist an der Zeit, ich weiß nicht genau, wann ich es aufstocken werde, vielleicht sogar schon relativ bald, vielleicht gehe ich wieder auf die 1500 hoch. Ich hatte bloß irgendwann auch ein bisschen Schiss bekommen, dass ich dachte, okay, vielleicht zahlen die mir nicht das Geld aus, aber ich habe eben gerade auch erst wieder meine Zinsen praktisch hier von Mintos auf mein Bankkonto transferieren lassen und es hat alles gut funktioniert, das Geld ist angekommen, also wie gesagt, das funktioniert schon alles sehr, sehr gut. Kommen wir aber zum eigentlichen, sag ich mal, zur eigentlichen Plattform. Was genau findet man denn hier überhaupt? Wir haben hier den Button Loan Listings. Bei Loan Listings kannst du praktisch nach unterschiedlichen Investments gucken, zum Beispiel sehen wir hier zuallererst die ID, das heißt die Identifikationsnummer von dem eigentlichen Loan, von diesem Kredit. Wir sehen dann auf der linken Seite das Land, wo praktisch dieser Kredit vergeben wird und das ist jetzt in diesem Fall natürlich Russland. Wir haben hier die Interest Rate, also praktisch die Rendite 17% liefert dieses Investment. Der Loan Originator ist, ich kann es kaum lesen, um echt zu sein, das ist wie gesagt, denke ich mal, eine russische Firma. Der Loan Type ist ein sogenannter Short Term Loan und das Issuedate war am 13.10.2018 und wie gesagt, der läuft für 17 Tage, also ein wirklich sehr, sehr kurzer und da erhält man halt 17% praktisch auf sein Investment. Diese Interest Rate können wir auch mal draufklicken, hier bei Info, da steht, this is the annual gross interest rate, also du wirst jetzt nicht zum Beispiel für dein Investment jetzt hier 17% auf 17 Tagen bekommen, das wird nicht passieren, das ist praktisch die annual interest rate. Wir sehen hier, wie gesagt, viele Loans gibt es mit 17%, das ist wirklich, wirklich viel, in den meisten Fällen sind diese Investments aber auch etwas risikoreicher. Wir sehen hier, wie viel Geld denn eigentlich zum Investieren noch sind. Wir können ja mal das Ganze einfach mal uns anschauen, wie das, sag ich jetzt mal, wie viel Euro das sind. Das sind jetzt hier der russische Rubel zu Euro, insgesamt stehen offen für das Investment 4.500 Rubel. 4.500 Rubel sind, können wir mal eingeben, sind, ja, 58 Euro und 78 Cent, das heißt, da könnte man fast diesen ganzen Loan hier aufkaufen, das wäre wirklich nicht besonders teuer und wir können hier auf der linken Seite uns natürlich auch aussuchen, in welche Art von Investments wir investieren möchten, sag ich jetzt mal, in welcher Currency, in welcher Währung, dann hier unten in welchem Land, welche Firma denn eigentlich diese Loans vergibt. Da haben wir halt hier haufenweise Firmen, Cream Finance ist zum Beispiel einer der populärsten, Cash Credit ist auch sehr populär, Kredit24 ist auch relativ populär und hier können wir, wie gesagt, auch noch uns die Ratings anschauen, praktisch von diesen Investments und das hier unten, und ich glaube, das ist das wirklich Wichtige, hier gibt es die sogenannte Buyback Guarantee. Die Buyback Guarantee bedeutet so viel wie, wenn also zum Beispiel nun eine Person nicht zahlen kann, kriegst du dennoch dein Geld zurück, plus die Zinsen drauf. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel hier dieses kleine, dieses kleine goldene Zeichen siehst, dann weißt du, okay, das hat eine Buyback Guarantee, das heißt, wenn das Investment nach 60 Tagen immer noch nicht zurückgezahlt wurde, beziehungsweise das Investment plus die Interest Rate, das heißt plus die Rendite, dann wirst du tatsächlich dennoch das Geld bekommen, obwohl die Person vielleicht gar nicht zurückgezahlt hat. Und das, wie gesagt, ist das Schöne hier in Mintos. Jetzt ist natürlich aber die Frage, gibt es denn dennoch irgendwelche Investments, die schlecht verlaufen? Bei mir ist es so, dass ich bisher noch keine hatte, ich habe aber schon von Leuten gehört, dass es dennoch da mancher Probleme gab und sie dann nicht ihr Geld bekommen haben. Bisher, wie gesagt, hatte ich Glück. Es kann auch daran liegen, dass ich bisher erst 16 Investments habe, was natürlich auch bedeutet, dass ich jetzt nicht so viele, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch ist, dass ich tatsächlich eins dazwischen habe, wo die Person nicht zurückzahlen kann. Das, wie gesagt, ist ja nur oft der Fall, wenn ich hunderte von Investments habe. Dann können wir uns hier natürlich auch nochmal Dinge angucken, wie zum Beispiel die Investmentstruktur, den Status und hier kannst du zum Beispiel auch solche Sachen anklicken, wie Investments, die schon 60 Tage plus sind. Mal sehen, was man da so für Deals bekommt. Ich bin um echt zu sein selbst mal interessiert. Da kriegt man dann, naja, die sind auch nicht besonders gut, 12% oder was auch immer. Das, wie gesagt, würde ich niemals machen. Warum auch? Da würde ich doch lieber eins nehmen, das gerade erst erstellt wurde, wo man 17% bekommt, anstatt ich jetzt hier irgendwie eins kaufe, das schon sehr, sehr verspätet ist und praktisch dann 12% nur drauf bekomme. Oder hier zum Beispiel, da sehen wir 24.000 Euro kostet dieses Investment. Da würde ich jetzt, klar, nicht alles aufkaufen wollen. Ich würde es grundsätzlich nicht kaufen wollen, weil ich kriege nur 11% in Anführungsstrichen und die Person oder diese Firma oder was auch immer sich das Geld sich dort geliehen hat, die scheinen nicht zurückzuzahlen. Macht also für mich keinen Sinn. Ein Tool, das man sich auf jeden Fall noch anschauen sollte, sind natürlich diese Balken hier oben. Ich nehme mal kurz unten diesen einen Button hier raus, dann können wir doch mal alle Investments sehen. Hier können wir zum Beispiel uns anschauen, welche Arten oder welche Interest Rates es zwar erst gibt, also praktisch welche Zinsen man hier bekommt. Und nehmen wir zum Beispiel an, ich bin relativ konservativ, dann kann ich sagen, ich will was zwischen 9,5 und 11% haben und dann sehe ich hier, aha, hier gibt es einige Investments, auch sehr kleine Investments, zum Beispiel dieses hier, das gerade mal 18 Euro kostet, 16,16 Euro sind noch zu haben oder hier 149 Euro und dafür sind noch 133 zu haben. Also alles nicht besonders große Investments, die man hier jederzeit kaufen kann und wo man dann innerhalb zum Beispiel dieser Zeit diese 11% bekommt beziehungsweise die Annual Interest Rate 11% ist. Hier können wir uns auch nochmal anschauen, sage ich jetzt mal, welchen Zeitrahmen man haben möchte. Also zum Beispiel soll das ein Investment sein, das unter dem Monat ist oder soll es ein Investment sein, das vielleicht 2 Jahre ist, 5 Jahre ist, 10 Jahre ist und so weiter und so fort. Das Maximum hier tatsächlich ist 72 Monate. Es gibt aber glaube ich auch noch welche, die noch höher sind als 72 Monate, können wir aber anklicken. Mal sehen, was wir hier so finden. Ja, 72 Monate ist schon das Maximum und da kriegt man dann auch nicht so tolle Interest Rates. Also hier 11%, naja, also wie gesagt, daran würde ich jetzt nicht unbedingt investieren wollen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich gehe meistens irgendwas zwischen 11% und 17%, da investiere ich gerne und da haben wir auch sehr gute Investments dabei. Können wir hier mal anklicken und uns anschauen, welches es da so gibt. Das wie gesagt ist meine Interest Rate, da haben wir halt haufenweise interessante Investments. Jetzt müssen wir bloß noch den Timeframe ein bisschen geringer machen. In den meisten Fällen, sage ich jetzt mal so, habe ich den Timeframe bei circa 12 Monate oder 6 Monate bis 36 Monate. Also 36 Monate ist mein Maximum, meistens habe ich aber noch lieber Investments, die innerhalb von 24 Monaten sind. Das heißt, 6 Monate bis 24 Monate, das ist mein Timeframe und dann sehen wir, haben wir haufenweise 17% oder 17% Interest Rate. Das wie gesagt ist natürlich absolut großartig und wenn du 17% sagen wir mal auf 100 Euro bekommst, die du hier investierst, bumm, hast du 17 Euro pro Jahr pro Investment raus. Das ist natürlich absolut gigantisch. Nehmen wir an, du würdest in 100 Investments investieren, also praktisch 10.000 Euro ausgeben, hättest du 1.700 Euro extra drin, lohnt sich dann auf jeden Fall schon. Dann haben wir hier noch den sogenannten Secondary Market. Der Secondary Market ist auch nochmal ganz interessant, weil man dann hier auch nochmal sich anschauen kann, welche unterschiedlichen anderen Investments es gibt, die Leute nicht mehr wollen. Das heißt, wenn Leute zum Beispiel auf diesem Secondary Market Investments verkaufen, dann sind es Investments, die sie praktisch vorher gekauft haben und wo sie jetzt sagen, okay, die will ich nicht mehr haben und sie verkaufen dann praktisch diese Investments hier direkt auf der Plattform. Das Gute, wie gesagt, an diesen Investments ist, dass sie öfter mal vergünstigt sind oder dass sie ein bisschen teurer sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Investment kaufen möchte, dann suche ich natürlich nach einem Investment, das vergünstigt wurde. Zum Beispiel dieses hier bietet 14,4% als die, wie nennt sich es denn hier, als die Yield to Maturity und praktisch können wir hier 2.500 von 12 Euro doch investieren. Wir können hier auch natürlich eine kleinere Summe investieren. Wenn ich jetzt überhaupt in ein Investment reingehen würde, würde ich immer nach einem suchen, das eine Buy-Back-Garantee hat, das runtergesetzt ist und das dennoch eine hohe YTM, also eine hohe Yield to Maturity anbietet, weil ich damit natürlich dann höhere Gewinne habe, geringeres Risiko und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld auch bekomme, ist dann höher. Eine Sache, die wir uns vielleicht auch nochmal anschauen sollten, ist natürlich der Weg, wie du überhaupt auf dem Secondary Market verkaufen kannst. Also nehmen wir zum Beispiel an, ich gehe jetzt hier zu meinen Investments, also klicke auf meine Investments und ich möchte eins meiner Investments verkaufen, dann kann ich hier auf die rechte Seite einfach auf Sell gehen und kann damit dann dieses Investment verkaufen. Du siehst hier zum Beispiel, ich habe schon Payments received, also für all diese unterschiedlichen Investments, an denen habe ich schon Geld verdient, zum Beispiel hier, oder an fast allen. Hier zum Beispiel haben wir ein Investment, das findet in Georgien statt und dieses Investment hat mir bisher 2,54 Euro gebracht, ist wie gesagt sehr, sehr wenig. Dieses Investment hat mir 1,45 Euro gebracht, dieses 6,88 Euro. 5,13, 1,90, 1,88, 65 Cent, 25, 63, 48 und so weiter und so fort. Und diese hier unten, die müssen praktisch noch zahlen. Da habe ich manche Investments bis zu 36 Monate praktisch gemacht, also praktisch bis zu drei Jahre und über diese drei Jahre erhalte ich halt hier zum Beispiel 10% pro Jahr, 13,6%, 14% und so weiter und so fort. Und ich bin darüber im Echt zu sein sehr glücklich, weil ich meine, wo kriegst du sonst 10%, 14% oder wenn nicht sogar mehr an Interest Rate und das Schöne ist wie gesagt auch, ich erhalte das Geld. Das Geld ist bereits auf meinem Konto, das Geld ist echt, das ist jetzt nicht das wie, jetzt würden sie mir sagen, okay, wir schreiben das gut und dann kannst du es dir irgendwann mal, wenn du irgendeine Hemmschwelle zum Beispiel, irgendeine Schwelle überschritten hast, dass du es dir dann auszahlen kannst. Nein, ganz im Gegenteil, du kannst dir jederzeit hier das Geld auszahlen lassen, außer natürlich das Geld, das du in den Investments bisher drin hast. Wenn die Investments fertig sind praktisch, dann natürlich wird dir das Geld wieder überschrieben und du kannst es dann auf dein Konto transferieren. Ich bin, um ehrlich zu sein, bisher mit Mintos sehr, sehr zufrieden. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Mintos gemacht und kann es wirklich auch nur empfehlen, in Mintos zu investieren. Wir wollen uns nun aber auch noch mal einige andere Plattformen anschauen. Eine Plattform, die ich dir auch auf jeden Fall noch mal empfehlen kann, ist natürlich Bondora. Bondora ist eine Plattform, wo ich auch Geld investiert habe, aber ich habe im Echtzeit nicht viel drin, ich glaube 100, 120 Euro oder sowas. Das Einzige, was mich wirklich fasziniert bei Bondora, ist die Rendite, die ich bekomme. Ich hatte, oder ich habe nur noch bei Bondora, ich müsste mich, ich kann mich auch gleich mal einloggen, ich habe insgesamt, glaube ich, 20 Prozent oder 19,8 Prozent oder sowas an Rendite bisher bekommen. Und das natürlich selbst im Vergleich zu Mintos ist das absolut gigantisch. Es gibt aber eine Sache, auf die ich eher mit euch eingehen wollte und das ist das sogenannte Go & Grow. Go & Grow von Bondora ist praktisch ein Programm, wo du, wenn ich mich nicht irre, 6,75 Prozent ganz genau per annum bekommst und es ist praktisch wie Tagesgeld. Das heißt, du investierst in Peer-to-Peer-Kredite, wie als würdest du in dein Tagesgeld investieren. Kannst du dein Geld jederzeit rausnehmen und erhältst dennoch 6,75 Prozent. Ich meine, wir können uns hier mal angucken, was so die Deutsche Bank zum Beispiel, Deutsche Bank, Tagesgeld, was die so derzeit liefern, ich glaube 0,01 Prozent oder irgendwas, also praktisch ein absoluter Witz und hier kriegen wir 6,75 Prozent oder irgendwas in der Richtung. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir können es ja auch noch mal mit anderen Banken vergleichen, weil ich denke, viel mehr wirst du auch nicht bei anderen Banken bekommen. Tagesgeld und dann Vergleich möglicherweise und mal sehen, was man da so alles Schönes erhält. Das WLAN spielen wir hier nicht mit. Machen wir es einmal nochmal schnell. So, perfekt und nehmen wir mal den Vergleich für die Tagesgelder. So, Top-Zins bis zu 0,6 Prozent pro Anum. Ich meine, ja gut, was will man mehr? 0,6 Prozent, das ist absolut lachhaft gerade. Klar, sie bieten eine Einlagensicherung und so weiter und so fort, aber ich meine, nehmen wir zum Beispiel an, ich investiere eine halbe Million da rein und ich kriege dann 0,6 Prozent oder 0,1 Prozent oder was auch immer. Das ist ein absoluter Scherz. Wir können ja mal zum Tagesgeldvergleich hier gehen und uns anschauen, was es denn hier so gibt. Das Beste, was du hier bekommst, ist, ja, was haben wir hier? 0,6 Prozent. Dein Höchster Zins ist von Rabo direkt 0,66 Prozent und wenn wir jetzt hier so runter scrollen, ich zoome am besten nochmal ein bisschen ran, dann kriegen wir hier auch nichts, was viel besser ist als 0,66 Prozent. Klar, wie gesagt 0,66 Prozent ist das Beste, 0,5, 0,3, 0,25, 0,2, 0,11, also wirklich alles, aber, ja, alles aber gut. Wenn ich jetzt hier noch weiter runter scrollen, kommen wahrscheinlich die ganzen großen Banken, ganz genau, Frankfurter Sparkasse, Berliner Sparkasse, 0,01 Prozent, genau, Deutsche Bank 0,01 Prozent, kommen direkt 0,01 Prozent, die VR Bank bietet dir sogar 0 Prozent und die Postbank bietet dir auch 0 Prozent, also was will man mehr und wie gesagt, ich finde das einfach nur unfassbar frustrierend, dass man sein Geld investiert und nichts da drauf bekommt. Ich meine zum Beispiel jetzt bei meinem Geld, wenn ich das investieren würde, 0,6 Prozent, wie gesagt, ich habe sehr viel Geld, aber selbst bei sehr viel Geld 0,6 Prozent würde absolut gar nichts sein. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt hier ein bisschen doof anhöre, aber einfach nur, um das mal so ein bisschen zu erläutern, ich denke mir immer so, ich verdiene so irre viel Geld, gibt das der Bank, stellt es der Bank zur Verfügung, die darf damit arbeiten, macht dadurch auch noch mal Geld, kann also praktisch das Geld, das ich in die Bank tue oder das ich investiere in Festgeld, da zu verwenden, zum Beispiel Unternehmen mit hochzuziehen oder zum Beispiel an Propriety Trader zu vergeben, also praktisch, dass die investieren können in die Märkte, man kann es nochmal weitergeben für einen Zinssatz und so weiter und so fort und ich kriege dann 0 Prozent oder 0,01 Prozent, das ist ein absoluter Scherz. Dann eine weitere Plattform, die ich dir empfehlen kann, ist natürlich Viventor, Viventor ist auch eine von den Plattformen, die sich bisher als sehr gut erwiesen hat, man kriegt bis zu 14 Prozent pro Anum, das wie gesagt ist auch nochmal eine wirklich stolze Interest Rate, die man hier so bekommt und dann natürlich noch eine weitere Plattform ist Aux Money, aber viele von euch haben sicherlich schon mal von Aux Money gehört, haben aber noch nie dort investiert und das große Problem bei Aux Money sehe ich da drin, dass der Prozess überhaupt mit Aux Money zusammenarbeiten zu können, dort zu investieren zu können, extrem lange ist und vor allen Dingen ist die Rendite nach Score-Klasse ist zwar schon gut, es geht aber sogar besser, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mir anschaue, Rendite nach Score-Klasse von 2,5 Prozent bis 8 Prozent, bei diesen 3 Prozent kann ich auch zum Beispiel eine Online-CD investieren, zum Beispiel den von Goldman Sachs, das Markus-Programm, das gibt mir auch 3,5 Prozent und hier habe ich aber noch die Möglichkeit, dass ich mein Geld verlieren kann, bei dem Online-CD von Goldman Sachs kann ich mein Geld nicht verlieren, weil es eine Einlagensicherung hat, hier wie gesagt, wird es sich natürlich nur lohnen, wenn ich von B bis E irgendwo investieren würde, also wenn ich praktisch hier in diesem Bereich wäre, obwohl ich sagen würde, dass B sich auch nicht lohnt, weil ich meine, das ist nur 0,5 Prozent von A entfernt und A sichert mir, wenn ich halt in das Markus-Programm zum Beispiel von Goldman Sachs investiere, eine Einlagensicherung, was mir natürlich hier Aux Money nicht liefern kann. Gebühren sind außerdem 1 Prozent, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob diese Gebühren dann praktisch von diesem Prozent hier abgezogen werden, ich kann es mir nur vorstellen, dass man also praktisch dann hier 7 Prozent generieren würde, 5,5, 4 Prozent, 3 Prozent und so weiter und so fort. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich bisher noch nicht in Aux Money investiert habe, aber sehr viele Leute, die in Aux Money investiert haben und die ich kenne, haben bisher mit Aux Money jetzt nicht besonders gute Erfahrungen gehabt und hier natürlich gibt es nochmal ein paar Tipps, wie man investieren kann und so weiter und so fort, das lässt sich hier auch alles tun. Ich will jetzt auch keine negative Kritik von Aux Money geben, weil ich wie gesagt bisher noch nicht in Aux Money investiert habe, aber das, was ich bisher gehört habe, stellt sich jetzt nicht besonders positiv dar. Es wird sich wie gesagt auch nur lohnen, wenn du im Bereich von, sagen wir mal, D bis E eigentlich investieren würdest, weil wenn diese 1 Prozent auch tatsächlich noch voll in 5 Prozent runtergehen, da bin ich ja gerade mal bei 4 Prozent und wir hatten ja gesagt, dass die 4 Prozent sehr, sehr nah an diesen 3,5 Prozent dran sind, was praktisch dem Markus-Programm entsprechen würde und wo ich dann auch eine Einlagensicherung habe und hier hätte ich es dann nicht. Wie gesagt, für mich würde es sich dann einfach nicht lohnen. Es würde sich nur praktisch lohnen, wenn ich in das D oder E investieren würde und das wären natürlich dann, sagen wir mal, höhere Risikoklassen, höhere Scoreklassen und dementsprechend würden hier auch mal bestimmt Kredite ausfallen. Also ich wüsste jetzt nicht genau, warum ich in Aux Money investieren sollte, wenn ich Winters, Bondora, Viventor und so weiter und so fort habe. Klar ist es nochmal da, um das Geld ein bisschen zu streuen, weil wir wissen nicht, ob Mintos noch immer existieren wird, ob Viventor noch für viele Jahre existieren wird oder ob es da vielleicht mal einen großen Crash geben wird oder vielleicht werden diese Plattformen verboten, man weiß es ja nie. Ich denke hier zum Beispiel an die Kryptorevolution. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Krypto-Guy. Ich habe auch in Kryptowährungen investiert und halte von Kryptowährungen eigentlich sehr viel, aber ich meine, man hat gesehen, wie die Bankenindustrie und die Regierung, die, sag ich jetzt mal, der Deep State sich dagegen gewehrt hat und so fort auf alles extreme Steuern drauf geknallt hat und versucht hat, das Ganze niederzureden, kleinzureden. Ich denke hier auch zum Beispiel an den Chef von J.P. Morgan, der meinte, dass er alles Geldwäsche und so weiter und so fort, aber selbst wird er dann dafür vom Supreme Court verhört, dass er Geldwäsche betrieben hat und ich glaube auch sogar, wurde er verhaftet und hat praktisch, musste seine Strafe sogar absetzen. Wie gesagt, ich denke, er sitzt nicht im Knast. Ich müsste es nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall, wo er Bitcoin für Geldwäsche, praktisch, ja, wo er es als Geldwäsche bezeichnet hat und auch gesagt hat, dass Bitcoin an sich nichts wert sei und dass Bitcoin und so weiter und so fort, die ganzen anderen Kryptowährungen nicht existieren würden, ich meine, oder nicht weiter existieren würden. Ich meine, wir sind jetzt in 2018, wir wissen, dass sie weiter existieren und ich hoffe natürlich nicht, dass dieses selbe, dass der selbe Prozess auch eines Tages mit Peer-to-Peer-Krediten verläuft, dass dann Regierungen das extrem versuchen, irgendwie unter ihre Fittiche zu kriegen, zu verbieten oder was auch immer. Also wie gesagt, ich denke, Peer-to-Peer-Kredite sind bisher noch eine sehr gute Anlageform. Sie sind natürlich risikoreich, man kann sein gesamtes Kapital verlieren, das heißt, wir würden das, wenn wir über einen normalen Finanzcheck sprechen, natürlich in die oberste Risikoklasse einordnen. Du solltest definitiv nicht dein gesamtes Geld auf Peer-to-Peer-Krediten oder in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Ich würde dir immer als Tipp geben, maximal 10% in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren, das heißt, nehmen wir zum Beispiel an, du hättest jetzt ein Portfolio von 500.000 Euro, dann würdest du 50.000 Euro maximal in Peer-to-Peer-Kredite investieren und da würde ich natürlich dann auch noch mal ein bisschen streuen, dass ich sage, okay, ich mache zum Beispiel meine größte Position, ist der Mintos, sagen wir mal 20.000, dann habe ich Bondora drin mit 10.000, habe ich Viventor vielleicht noch mal 5.000 und dann noch mal ein paar andere, die ich vielleicht mit 2.000, 3.000, 4.000, 2.500 und so weiter und so fort habe. Das Wichtige ist, wie gesagt, dass wir nicht ein Festgeld anlegen. Es tut mir leid, aber ich halte sehr, sehr wenig von Festgeld. Es gibt natürlich das Festgeld, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht ein Online-CD mit einem Festgeld vergleichen, aber es gibt natürlich die Wege, wie man Geld fest anlegen kann und sicher anlegen kann mit Einlagesicherungen bis zu einer bestimmten Summe und dennoch eine hohe Rendite bekommen kann und dann gibt es natürlich die Banken in der Europäischen Union, die dann vielleicht 0,01%, 1%, 1% und nicht mal 0,6% oder so weiter geben. Das lohnt sich bei fast keiner Summe Geld. Wenn du jetzt vielleicht 10 Millionen Euro hast, ja, dann kriegst du 60.000 Euro pro Jahr raus, dann kann man davon schon leben, aber wenn du jetzt unter 10 Millionen hast, würde ich dir keinesfalls empfehlen, in irgendein Festgeld zu investieren. Und das, wie gesagt, geht dir auch nur davon aus, dass du dann auch tatsächlich 0,6% bekommst bei dieser einen Bank und da dein ganzes Geld rein investierst. Also, wie gesagt, ich halte nicht besonders viel davon. Ich danke dir, dass du dir dieses Video angeschaut hast und ich hoffe natürlich, dass wir uns morgen nochmal im nächsten Tutorial wiedersehen können. wenn du so anfühlos hast, dann kannst du das Video angeschaut hast. Vielen Dank.